Und damit schauen wir an diesem Mittwochmorgen zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau. Guten Morgen Christoph, also Ramsam Kadyrov, er wütet, er spricht vom Heiligen Krieg. Was ist da genau vorgefallen? Also Ramsam Kadyrov, nochmal ganz kurz zur Einordnung, ist Putins Stadthalter in Grozny, in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Und die Kadyrov-Kämpfer sind ein Teil der russischen Garde und als solche auch abgestellt für den Ukraine-Krieg, den Kadyrov mittlerweile übrigens auch als Krieg bezeichnet und nicht mehr als Militär-Spezial-Operation. Da gibt es in Bezug auf die Wortwahl hier in Russland doch einige Änderungen, und zwar in Richtung Wort Krieg. So, und diese Kadyrov-Kämpfer, die sind also auch in Cherson stationiert zu einem gewissen Teil. Und da waren wohl einige untergebracht in dem Dorf Kairi. Das ist am Ostufer des Flusses Dnieper im Bereich Cherson in einer Schule. Und dann haben wohl diese Kadyrov-Kämpfer wieder einige Fotos auch gemacht und die online gestellt, wie es von ukrainischer Seite heißt, über TikTok. Und dann, so die ukrainische Seite, musste man nur noch Maß nehmen, weil man ja wusste, wo die sind. Also in dieser Schule untergebracht. Und ja, dann gab es diesen Raketenangriff. Und bei diesem Raketenangriff sind nach unterschiedlichen Angaben zwischen 30 und 100 Kämpfer des Tschetschenien-Führers Kadyrov ums Leben gekommen. Es sind wohl auch viele verschüttet unter den Trümmern. Und so ist jetzt auch dieser Wutausbruch von Ramzan Kadyrov, der ja ein absoluter Hardliner ist, zu erklären. Und er spricht dann also wörtlich vom Dschihad, also dem Heiligen Krieg. Und er sagt, dass die Ukraine russisches Territorium sei und dass man diese Teufel, wie er sie nennt, er sagt, Scheitane, vernichten müsse. So Kadyrov und dieser jüngste Wutausbruch steht natürlich ganz klar im Zusammenhang mit dem Beschuss seiner Truppen.